Musik Großes Kino gab es am Samstagabend aus Trier. Die Unterhaltungsshow verstehen Sie Spaß, gastierte in der Arena. 20 TV-Leser durften bei der Sendung und am Freitag bei der Generalprobe dabei sein. Mit dabei waren auch die frisch gewählte Mosel-Weinkönigin Sonja Christ und ihre drei Prinzessinnen. Die Leser erlebten, wie die Bühnentechnik funktioniert und blickten hinter die Kulissen. 300 Tonnen Material waren für die Sendung aufgebaut worden. Mancher wunderte sich, was aus dem Spielfeld der Halle geworden war. Während der Probe wurden einige Gäste gedubelt, weil sie noch nicht in Trier waren. Paul Ports zum Beispiel. Ansonsten lief die Generalprobe wie die Live-Sendung ab. Der wichtigste Appell an die TV-Leser lautete, winken Sie nicht Ihren Verwandten.